Wie kann ich mich aus meiner Angst befreien, ist so eine Frage, die ich immer schon bekommen habe und die heute noch, dieser Zeit Corona, Koma, noch viel mehr in den Vordergrund gekommen ist. Ich würde da die drei Schritte der Salutogenese, der Heilwerdung empfehlen. Die Pathogenese, wie werden wir krank, das bearbeitet die Schulmedizin und zwar kompetent, bin ich dankbar. Die Salutogenese ist ein wunderbarer Schritt aus der Angst raus. Der erste Schritt heißt Verstehen, Durchschauen. Der zweite Schritt Einfluss nehmen, Verändern. Und der dritte Schritt Einordnen in den Lebenszusammenhang. Das sind drei wesentliche Schritte und die sind so bewährt. Also wenn du Angst hast, wäre gut, du durchschaust die Angst. Was ist dahinter? Ja, so ein Beispiel jetzt diese Corona-Grippe, Covid-19. Es ist nicht schwer zu durchschauen, dass zum Beispiel es viel schlimmer war vor zweieinhalb Jahren. Da sind dreimal so viele Menschen in Deutschland gestorben und es gab nicht so eine Angstmache in den Hauptmedien, Mainstream-Medien und öffentlich unrechtlichem Fernsehen. Ich sage unrechtlich, weil ich es Unrecht finde, was die tun. So einseitig berichten und die andere hoffnungsgebende Seite überhaupt nicht zu berichten. Immer nur die Neuinfektionszahlen messen, statt auch mal zu schauen, wie viele gesund werden und die wieder abzuziehen. Und auch mal zu schauen, führen diese Infektionen überhaupt zu schweren Verläufen? Das tun sie ja jetzt in dieser Zeit, im Oktober 2020, überhaupt gar nicht mehr. Auch die Sterbezahlen gehen gar nicht hoch in diesem Sinne. Also da würde man zu allen Zeiten bis zur Covid-19-Inszenierung gesagt haben, okay, das ist durchgestanden. Also du könntest das verstehen und dir auch klar machen, 1968, Hongkong-Grippe, über 40.000 Tote, jetzt ein bisschen über 9.000. Ich meine, schlimm um die 9.000, aber du kannst verstehen, hoppla, ist eigentlich gar nicht so gravierend, wie das dargestellt wird. Du könntest merken, ich gehöre zu keiner Risikogruppe. Oder noch besser, ich gehöre dazu, aber ich kann da rausgehen. Ich meine, man kann das Rauchen aufgeben, man kann das Übergewicht abbauen. Man kann selbstverständlich aus Diabetes 2 wieder raus, habe ich x-mal erlebt. Da begleite ich Tausende jeden Frühling, jeden Herbst raus. In der Individualgewicht-Challenge, Idealgewicht-Challenge haben wir es früher genannt. Es ist möglich. Also ich kann da Hoffnung schöpfen. Und wenn ich das durchschaut habe, kann ich es ändern. Ja, ich kann einfach anfangen, pflanzlich vollwertig Peace Food zu essen. Da muss ich da nicht mitmachen, bei der grinnigsten Grippewelle. Das ist so intensiv geklärt durch die Arbeit von Maximilian Bircher-Benner, dem großen Schweizer Arzt vor 100 Jahren. Oder noch mehr durch das Wunder von Dänemark. Mikkel Hinhede, dänischer Arzt, hat die Dänen, selbst in der Zeit der spanischen Grippe, mit pflanzlich vollwertiger Kost, hat der denen diese extrem schlimme Grippe weitestgehend erspart. Ja, es sind auch in Dänemark Menschen gestorben an spanischer Grippe, aber nur die Reichen, die weiter Tierprotein gegessen haben. Die anderen waren geschützt durch pflanzliche Kost. Und die Sterblichkeit war insgesamt in Dänemark nicht erhöht. 1918. Also wir haben so viele Beispiele dafür. Du kannst aussteigen aus dieser Krankheitsangst und Welle und kannst es in deinen Lebenszusammenhang einfügen. Du musst nicht mehr an allem, was da angesagt wird, teilnehmen. Du kannst anfangen, dein eigenes Leben mutig zu leben. In diesem Sinne wünsche ich dir durch Schauen, Umdenken, Einordnen. Schauen, Umdenken, Einordnen, 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 Einordnen. Untertitelung des ZDF, 2020